Hi Leute, Nikolai Woltz hier. Ich wurde im Laufe der Zeit immer mal wieder gefragt, ob es zu diesem ganzen Themenkomplex Hirnforschung und Musikproduktion nicht auch ein Schriftstück gäbe, weil es bei der Fülle und der Länge der Folgen halt etwas mühselig ist, wenn man irgendwas nochmal gezielt nachrecherchieren will. Und da das Ganze ja auf meiner Masterarbeit beruht, gibt es dieses Schriftstück tatsächlich schon des Längeren und ich habe diese Arbeit in letzter Zeit nochmal komplett korrigiert und überarbeitet und finde sie jetzt tatsächlich rund und fertig genug, dass ich euch hiermit mein neues E-Book Hirnforschung und Musikproduktion vorstellen kann. In dem Buch habe ich im Prinzip alles, was ich jemals in den YouTube-Videos und den Podcast-Folgen erzählt habe, nochmal kompakt zusammengefasst. Ist also das ideale Nachschlagewerk oder super für alle, die sich das ganze Thema nochmal in einem Schwung zu Gemüte führen wollen. Ihr findet das E-Book in dem Shop auf meiner Homepage www.nikolai-woltz.de. Ich verlinke das Ganze natürlich auch unten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit durch einen E-Book-Kauf unterstützen würdet. Für alle, die sich nicht für ein E-Book interessieren, gibt es das Ganze aber selbstverständlich weiterhin kostenfrei als Podcast und eben die YouTube-Videos. Aber wie immer ist das Buch natürlich viel besser. Das war es von meiner Seite. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Schöne Grüße. Bis bald und ciao.